Sie sehen, wir haben viel vor. Und dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Übrigens, die Zeit für unseren Spot ist fast um. Wir finden, die Zeit von Schwarz-Gelb ist es auch. Ach, es grünt so schön im Wahlspot der Grünen. Und jetzt auch hier bei Netzrauschen. Herzlich willkommen, Konstantin von Notz, netzpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Da wurde das Thema Netzpolitik in dem Wahlwerbespot gar nicht so explizit erwähnt. Traurig drum? Nein, man kann in so einen Wahlwerbespot natürlich nicht alles packen. Netzpolitik ist ein wichtiges Thema, auch für die Grünen. Das sieht man auch im Wahlprogramm. Aber ich verstehe schon und bringe nicht den Ehrgeiz mit zu meinen, dass man in solchen 1,20 Spots dann dringend jedes Thema aufzählen muss. Das ist okay. Wie wichtig ist denn das Verteidigen von Bürgerrechten im Netz für die Grünen? Es ist die zentrale Frage für die Bürgerrechte. Denn wenn wir sie im Netz nicht verteidigen, werden wir sie in allen Lebensbereichen verlieren. Denn das Netz durchzieht unsere Lebensbereiche inzwischen fast vollständig. Und wer da die Bürgerrechte aufgibt, der verliert sie komplett. Herr von Notz, ich will alles andere als Ihnen die schöne Krawatte und das gut gebügelte Hemd zum Vorwurf machen. So gut ist es leider gar nicht gebügelt. Es ist mir heute allerdings aufgefallen, Sie haben das hier getwittert, sich selbst vor einem Wahlplakat der CDU und halten dabei das grüne Logo und Du hoch. Sie sehen den gar nicht so unähnlich, den Leuten von der CDU. Tatsächlich? Also ich finde, da ist eine gewisse Ähnlichkeit durchaus nicht zu verhehlen. Auf diesem Tweet hier, auf dem Foto dazu. Bei uns sitzt die Frau vorne und ich finde auch, ich bin deutlich besser rasiert. Besser rasiert als die CDU, also das muss man erstmal hinkriegen. Ja, die CDU versucht da was mit ihrem Drei-Tage-Bart zu generieren, was nicht da ist. Und wir verbinden es halt mit Inhalten. Ich sitze da auf einem Elektroroller, während die Union den absolut sinnlosen Spruch bringt, Wachstum braucht Weitblick. Was für ein Bullshit ist das? Und wir versuchen damit Inhalten gegenzuhalten. Lassen Sie uns mal auf die Inhalte gucken. Da finde ich Sie nämlich auch sehr nah bei dem, was die Union eigentlich sagt oder was die FDP sagt. In den Wahlprogrammen zur Netzpolitik, Breitbandversorgung, FDP, CDU und Grüne, alle für den Ausbau. Medienkompetenz. Stopp, ganz kurz. Breitbandversorgung sagen wir, es muss als Universaldienst ausgestaltet werden. Das heißt, es muss unabhängig davon, ob es sich für Firmen rechnet, ja oder nein, das Netz sozusagen bis ins letzte Dorf gelegt werden. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu dem Ansatz, den CDU und FDP haben. Ja, also ein ganz entscheidender Ansatz. Man kann ja viel davon reden, aber wenn man ein Konzept hat, wie man es macht, ist das schon was anderes. Andere Punkte, Medienkompetenz, CDU, Kindergärtenversorgen. Ja, die Grünen, auch nicht so wirklich weit entfernt davon. Ist in der Netzpolitik vielleicht das, was im Bund uns noch blüht, nämlich Schwarz-Grün, schon lange angesagt? Nein, überhaupt nicht. Auch wenn ich diese Ausschließer Rittes eigentlich eher lästig finde im politischen Diskurs. Es gibt ganz viele Fragen in der Netzpolitik, wo wir uns ganz entscheidend nicht treffen. Die sind auch alle im Wahlprogramm gut auffindbar. Das eine angesprochen war eben die Breitbandversorgung. Das wollen wir als Universaldienst. Es gibt im Hinblick auf die Netzneutralität einen großen Streit. Wir sagen, die muss gesetzlich festgeschrieben werden. Und dann nehmen Sie noch, es gibt noch viele andere Punkte, aber das Urheberrecht, wo wir sagen, das Urheberrecht muss der Digitalisierung angepasst werden und nicht umgekehrt die Digitalisierung dem Urheberrecht. Es kann nicht sein, dass wir jedes Jahr Hunderttausende von Menschen abmahnen. Insofern haben wir da sehr progressive Vorstellungen und das hat die Union alles nicht. Herr von Notz, eine Frage zum Abschluss noch. Ärgert Sie das eigentlich, wenn Sie der geschmeidige Herr von Notz genannt werden? Überschriften in Zeitungen kann man sich nicht aussuchen. Wir haben zum Glück die Pressefreiheit und alle können das machen, wie sie wollen. Ansonsten ist das eigentlich ein ganz netter Artikel. Ob nun der geschmeidige Herr von Notz, der nette Herr von Notz oder einfach der Herr von Notz, der heute bei uns bei Netzrauschen war, ich sage danke für Ihren Besuch und klapp den Rechner zu. Schön, dass Sie da waren. Tschüss.